Norddeutscher Rundfunk 2021 Okay, komm, fang an. Toi, toi toi. A hundred days that made me older Since the last time that I saw your pretty face. But all the minds that separate Disappear now and I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dream. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dream. But tonight, girl, it's only you and me. Everything I know, anywhere I go. It gets hard, but it won't take away my love. I'm here without you, baby. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dream. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dream. And tonight, girl, it's only you and me. 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 I'm a little bit better for you. And you've just seen me. You've always got better than you. You've got a bit better than Sven. But you could have better as Sven, but you could have better for you. I'm going to be honest. I saw you yesterday and yesterday. That was better than today. Ich sehe das genauso. Beides bravourös gemacht, aber lustigerweise hat Sven sich wirklich gesteigert, wirklich gut gemacht. Und Michelle, du hast nicht so gut gesungen, wie wir dich kennen, aber du bist der bessere Sänger von euch beiden. Ja Sven, du hast ein bisschen mit dem Publikum gespielt und hast sofort gemerkt, da kommt sofort was zurück, oder? Es fühlt sich toll an. Ich glaube, dass Michelle die bessere Stimmenfarbe für den Song hatte, aber eine etwas unterkühltere Performance hatte. Deswegen hat es mir besser gefallen, was du heute gemacht hast. Ja, wird spannend heute Abend. Vielen Dank erstmal. Dankeschön. Die Freunde haben es gepackt. Ein Erlebnis für die Ewigkeit und ein Duell mit unbekanntem Ausgang. Das ist meine Farbe hoch. Ey, das nimmt uns keiner mehr. Ich will dann nochmal hin, also ich will direkt weiter singen. Daraus wird leider nichts, aber vielleicht ja für einen der beiden in den Live-Motto-Shows? War ein schönes Feedback auf jeden Fall, also extrem geil, man. Es war so schön gewesen, man. Spaß, es war so schön. Das Publikum hat uns so gefeiert, man. Ich habe dreimal ein Jahr bekommen und Sven hat einmal ein Jahr bekommen. Ich warte jetzt einfach mal ab und wir sehen, wie das auskommt. Das ist einfach Hammer. Bei TV NOW findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei RTL.de. ... Antri ... Untertitelung des ZDF, 2020